So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Dimir Frog gegen Temur Eldrasi. Mehr Frösche braucht Outland. Mehr Frösche und mehr dicke Eldrasis. Ja, so dick sind die ja gar nicht. Die werden ganz schnell, ganz ganz dick, glaub mir. Genau. Sehr sehr spannend, sehr viele MH3. An der Stelle muss ich sagen, ich glaube mein gesamtes Deck war geproxt, weil ich das daheim fliegen habe lassen und dann noch ganz schnell ausgedruckt habe und dann drunter gesetzt habe. Das war etwas ärgerlich. Aber das Deck Deck dazu kam letzte Woche. Ja, ist ein schönes Deck. Ja, mega Deck. Auf der anderen Seite Dimir Frog immer noch eines der Top Tierdecks. Ich glaube hier nicht. Nicht in der Scam-Version. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Welcher Version denn dann? Sowas wie mit dem Flat Moon und so im Mainboard. Achso. Dem neuen Magus of the Sea oder wie heißt? Ich weiß nicht, wer heißt der? Drei-Manner-2-2, Harboring of the Seas. Ja, Harboring of the Seas. Genau, Drei-Manner-2-2, der alles non-basics zu Inseln macht und so ein Kram. Das ist hier Mainboard tatsächlich drin. da kam ein Battle und dann das überlegt, ob man Dazed Dazed setzt einen halt eine Runde nach hinten was vernichtend sein kann ja, gegen Aldrasi ist das halt echt schwierig auf der anderen Seite wenn du ihm so eine wichtige Kreatur wie den Flashwacker da leist der macht halt so viele Dinge das ist der, der 1-1er scheißt da ist ein Coven of Souls und noch einer der scheißt nicht nur 1-1er bei farblosen Spells sondern der schießt auch jedes Mal, wenn eine farblose Kreatur ins Spiel kommt, Schaden ah, das war das und der kackt dann auch noch Token ja also hier Demi Frogger noch im richtigen Control-Ding so viel jetzt gewastet ja gut auf der anderen Seite hat auch Ding wirklich was drauf äh, was ist das? war schon äh, der Aldrasi mhm der hat die 3-Manna-3-3-Trampel und zu Beginn des Combats kriegt er plus kriegt irgendeine Kreatur plus 1-plus-0 und eine gleich der Anzahl an Aldrasis wow das heißt, er ist halt ein 3-Manna-4-3er-Turn-1 und den hat er durchgehen lassen mit einem Force auf der Hand äh, man kann ihn ja bouncen äh, ja stimmt so kannst du dir halt die Option offen lassen den zu bouncen ähm und dann nächste Runde Harbringer zu spielen weil damit sieht Temu Aldrasi meistens ziemlich alt aus äh, ja ich glaub fast alles da drin braucht ein farbloses ne, viel wichtiger es braucht super viel Farbiges äh, stimmt das auch und das kriegst du dann nur noch über die Petal mhm hä und den One of Mox den man dran hat das ist der Command ach der äh der Aldrasi Command Kusilex Command einer von den beiden es gibt ja zwei und da ist der Typ der Länder raussucht, ne ja, ich glaub da wird auch grad dran überlegt ob man hier nicht einfach sich ein Land raussucht kann man sagt go und dann würd ich gern fetchen bevor du in Combat gehst obwohl kann ja das ist eigentlich egal am besten der sogar in Combat weil dann kann er nicht mehr angreifen ja, ich glaub man geht hier für einen Surveiler oder einen Sumpf es müsste glaub ich einfach der Sumpf sein geh für den Sumpf und dann Süd für den Floodmage da war der Sumpf gerade da hat man nicht gesehen ich glaub da war noch einen Sumpf sucht man eine Insel vielleicht sagst du die Insel die wir gesehen haben da what are you searching for okay strange aber okay ja wahrscheinlich wurde einfach irgendwie in einer falsche Liste gespielt ja okay wäre halt blöd wenn er keinen Sumpf spielt drown in the loch das war ein guter Draw das war ein guter Draw man hat nicht mal angegriffen sehe ich gerade mit dem Edrasig weil man Angst vor einem äh Double Locker genau hier war jetzt die Frage kann man mit dem Command seinen eigenen Friedhof fressen damit drown in the loch nicht mehr targetet also nicht mehr destroyed boah und das ist leider nicht mehr der Fall weil du eine Target Creature mit bla 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 und man targetet sie dann ist sie schon legal ach so ja sonst wäre es ein illegales Target ja da fliegt der boah der schmeißt den Haarbringer weg den hätte ich jetzt auch nicht weggeworfen ehrlich gesagt ooooh das ist auf jeden Fall kein drittes Land so dementsprechend ja okay aber nur ein Land vom Top und du wärst safe gewesen ja jetzt kommt das wird jetzt widerlich na ich glaube man ist hier leider nicht in der Double Wasting Position so das passiert jetzt alles auf den Cast genau das heißt man macht sich ein Land Knobbiet dann kaputt und dann darf man sein Deck dann im Land das Spiel bringen man könnte es Wasteland nehmen ja aber nachdem er jetzt einen Land Drop gemisst hat und jetzt nur so ein Notbillow Kreatur spielt glaube ich tatsächlich es ist smarter wenn man jetzt hingeht und irgendwie ein Carvan oder so läuft Christland wäre als Devastating dann setzt du den auf Null Länder zurück ja das stimmt schon auf der anderen Seite muss man dann überlegen wenn man jetzt was wie oh Eierfugel das kann ich nicht erklären Wegen dem Command an der der ist gecountert worden und der Eldrasia an sich ist glaube ich 3-3 ne ja und so viele Karten zieht da Deck Wasteland boah du musst doch irgendwann nochmal was machen ja da hätte ich auch nicht gewastelandet aber man hat hier halt Angst davor dass halt jetzt irgendwas Dickes kommt ja aber das kommt jetzt so oder so also wäre aber stark gewesen es war ein Nulldrifter der hätte nochmal ordentlich Kannen gezogen überlegt man sich nochmal ganz kurz ja da erinnere ich mich noch dran es war nicht dass er den Trigger angesagt hat aber es war halt so ein ich leg den mal warte nee mach ich nicht wir sind hier im FNM wir sind im Casual Mode wo wir schön zusammen spielen und Spaß haben dementsprechend ist das vollkommen okay wenn sowas passiert und wir wollen ja ein anderes Gameplay liefern jo äh Scrying für den Arschfall ähm tatsächlich nur für zwei Scry 2 und Destroy uh Exiled Creature ist zwei das lässt man durch spannend man weiß doch dass das andere auf der Hand ist ich glaube das hätte ich gecountert das hätte ich safe gecountert hätte ich auch ähm ja jetzt so langsam geht es halt gegen Ende ne weil den zu countern das ist jetzt halt echt so percurs hätte auf jeden Fall den Command gekaut und der Command hätte weg müssen dann hätte man jetzt immer noch den Doot und hätte jetzt immer noch was machen können jetzt ist man halt in der Position wo man nicht sein will ne richtig widerlich ist das mal so was geht tatsächlich von beiden Seiten aus noch ähm den Brainstorm kann man jetzt das Mainboard spielen also in der Maincast äh äh ui äh kein Länder Brainstorm-Log Fragezeichen ja da hätte man zwischendurch nicht Weisdenten sollen Weisdentzocken ist manchmal nicht so der Smartest Mo auf der anderen Seite so hat man den Nulldrifter umgegangen aber den Nulldrifter der wäre schon fast fair gewesen ja hätte man jetzt noch einen anderen Bomas da reinlegen können also da wäre eine Menge mehr passiert bisher ne da kommt man glaube ich nicht mehr raus das ist mal zu weit hinten dran schade man geht hier noch in die komplette Offensive und schaut weil man wirklich noch nicht sicher ist vielleicht nur Google aber ja aber mit einem Mana da ist ein Dress das ist das das Member das kannst du dir nicht leisten und dann ja ja ist einfach um einmal hier ganz kurz Werbung für meinen Patreon vielen vielen Dank an alle meine Patreons vielen Dank an alle Leute die mich unterstützen und auch an die YouTube-Member ähm vielen vielen Dank an euch wenn ihr mich auch monetär unterstützen könnt könnt ihr das tun ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich finanziell unterstützen wenn ihr das wollt vielen vielen Dank letzte Zeit kommen sehr viele Leute dazu das finde ich ganz ganz großartig vielen vielen Dank so Game 2 puh also ich weiß dass Timo Eldrasi Null Elemental Blast genau Null Elemental Blast das Auto das Unleashed Hurs ja ist auch eine ziemlich gute Karte in der Stack und ja diese Mainboard das ist die ähm waxing bubble waxing bubble ja hilft halt gegen Reef hilft gegen Force hilft gegen Dace ja hilft gegen eine Menge ja da ist auch wieder der Harbringer auf der Hand ich würde halt hart für den Harbringer gehen auf der anderen Seite ist da halt schon ein Forest ja aber der Harbringer der schneit dann zumindest von den Ramp Mana ab das sind zwei und das ist Anlass die Lebenspunkte wurde noch nicht zurückgesetzt ne gucken wir mal wie das realisiert wird hat man Land boah Kollege wenn du ein Land hattest dann hätte ich doch Ponder nicht gespielt der hätte schön Harbringer gespielt ja auch safe Harbringer ist so eine wichtige Karte der bringt dir so einen großen Vorteil ja da war ein Land ja ooooh ooooh schmeiß mal so ein Ding an für die Karte okay man will das Force abschmeißen um da hinzukommen ach das war ein Surveilland wenn ich das richtig sehe ja und Fetchland ah ne das Fetchland hat man gerade gezogen ja das ist ein Surveill Trigger darauf werden die beiden ah ne man macht einfach da ja rein weil es nicht so relevant ist jetzt kommt was ganz lustiges man targett jetzt zwei und damit überlegt dass man den Fliegen gibt damit man drei damit der Gegner nicht targeten kann ist tatsächlich gar nicht so unrelevant für eine Anleistung Hörs damit die nicht growt stimmt oh mein Gott ja dementsprechend hätte man nie das machen können aber man hat sich nicht dazu entschieden ich habe extra nochmal nachgefragt darf ich ja ok dann für vier Thorsair Bam Lam Ding Dong eine Kree Forst spielst du halt eh nicht ja weil jetzt geht der Harbringer oh Bomas sind da immer noch drin interesting sehr spannend hätte ich Remover für geboardet vernünftig ja Brainstorm plus Fettstand ist natürlich auch mächtig das halt auch gut ok also kein Harbringer mehr jetzt ist die Frage reicht der Frosch ja Frosch ist gut eigentlich man darf halt noch nicht so viele Länder ach warte das brauchst du für ein Brainstorm das ist schon wichtig aber das nächste Land solltest du auf keinen Fall machen Brainstorm man überlegt boah so viele Länder ist das ein Merc oder ein Dressdown ich konnte es nicht richtig sehen aber es könnte natürlich auch ein Merc sein und zwei Karten ausgefressen auch hier hätte man wieder fliegend machen können ja ein Response da drauf schön einfach wegfressen ja man denkt halt man verliert was nicht dann nehme ich drei raus dann kann er was anderes besseres wegfressen aber er wird sowieso alles rausfressen und mit dem Frosch verhindert man halt wenigstens dass er bloß eins mal ankriegt und die Hörst schlägt dann halt auch irgendwann mal für sechs sieben oder so sechs acht oder so zu sieben mit Sicherheit das nehmen wir das ist richtig äh bei doch die kann ja bis zu egal ähm man geht auf dem Basic okay heißt man will Wasteland Proof sein ist die Frage ob der das so viel macht lustigerweise nicht gegen den Eldrasi ne der Eldrasi exalt ja einfach irgendein Land irgendein Land damit auch ein Basic Land der ist dumm jetzt habt ihr Eldrasi eine City of Traders und eine Engine Turm äh eine Engine Turm und City of Trades glaube ich auf der Hand sogar hm ich schmeiß den Land ab okay was hat er denn greift er an ja den willst du nicht blocken naja es sorgt dafür dass du jeden eine Handkarte abwerfen musst okay Baumaster Shoot der Frosch ist tot der Frosch stirbt doch auch ha wurde nicht realisiert im Einfluss des Gefechts wow spannend da hätte man auf jeden Fall abwerfen müssen Baumaster Ping ist keine gute Strategie dafür oder wurde das Land abgeworfen auch ja ja das war die zweite Marke so stimmt und da ist der Eldrazi ja Sompfluss Waceland Sompfluss Waceland ich glaube jetzt geht man dafür das ist halt so dunkel du kannst zwei Länder loswerden in einem Zug es ist halt unsagbar strong ja es ist unsagbar strong und ich glaube da gibt es auch keinen Prio wechsel ja doch nach jedem Effekt der auf uns deck geht also man kann zwischendurch ruhig reagieren oh Fettschland vielleicht wäre hier sogar diesmal sogar ein anderes Land besser gewesen weil der Frosch halt schon einiges macht ja der Frosch kriegt schon einiges weg Fettschland für den Frosch für viel ins Gesicht jo zieht mal ne Karte dann zieht mal ne Karte zieht mal ne Karte oh du hast los ey tja freitags abends ich sag's euch beste Zeit um Magic zu spielen nachdem er acht Stunden gearbeitet hat ja ja alle brainer ich muss aber wieder samstags aufnehmen ich merke das schon also diesen Monat nicht übernächsten ja dann ist auch nix mehr hier mit ich dreh mal zurück dann ist der Spaß vorbei dann ist der Spaß vorbei dann gibt's nur noch blutigen Ernst ah so dann können wir hier jetzt ok können die jetzt zweimal den Son of Amethyst spielen der auf der Hand ist ach du Scheiße den spielt mal im Sideboard ja ok man spielt so rum oh Westland Feuer frei der hat jetzt einfach vier Länder gefressen der Scheißvieh ja oh Jingle 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 und das Hearse ist halt schon sechs ja weil da nicht gegengefressen wird also wir haben gerade eine Menge Fehler gemacht war glaube ich auch das erste Match des Abends boah widerlich ich glaube jetzt überlegt man ob man mit Engine Doob und dem Thorn was machen kann ja der Thorn lockt den halt jetzt dann kriegt er gar nichts mehr gespielt ist da noch ein Frosch auf der Hand Frosch schon merkt halt tatsächlich ja okay der Merckteut ist tot den kannst du in den Frosch rein werfen solltest du generell also das ist jetzt auf jeden Fall eine Chance für eine Menge Damage im Gesicht ja ist da ein Surveiland drin damit ich jetzt dann einfach beides da reinwerfen fliegen dann beatdown wie gesagt ein Cut-Draw wurde vergessen der Frosch hätte gar nicht mehr am Feld sein dürfen der wäre schon längst tot und und noch ein Frosch ja drei Karten weg geht er aufs sieben ich geb den fliegend hui 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 und dann Jochai ja und dann Hauptmann für sieben dieser scheiß Frosch ist auch schon so teuer geworden da wird auf den Karten jetzt hingewiesen nachdem er es beim letzten Mal vergessen wurde der Frosch hat einfach so viele Effekte einfach das ist auch echt den Card-Draw den hab ich am Anfang total übersehen da ist noch ein Command uh damit kriegt man den Frosch weg ja die Frage ist was man noch machen möchte dabei ist der Instant ja ja klar boah jetzt im Ernst der kann ja auch noch Scryen der kann Karten aus dem Friedhof wechseln und der kann 0-1 schaffen oh der Frosch wurde abgeworfen oh mein Gott ja ist ja eh die Bubble liegt ja der Frosch ist nutzlos das ist richtig wobei wenn der vorn lag würde dafür mal bezahlen ja das ist ein absoluter Nombo so das heißt man macht hier 4 0-1 Eldrasis die alle ne der plus 1 plus 1 du blieb nicht der ist halt auch dumm mit denen das ist einfach mal so eine kleine Token-Armee boah jetzt geht man ja für 11 rein man hat halt ne Menge 0-1 Blocker tatsächlich ja du musst jetzt halt damit da reinhalten und wir sind an dem selben Punkt wie eben er hat nichts mehr noch nicht mal Länder jetzt bringt halt nicht mehr die Drawersachen was das ist gerade richtig gut ja das ist rum ich glaube auch ich hätte keine Idee wie die mir das noch rumreißen will schwierig wirklich wirklich schwierig also ein bisschen Micromanagement und dann läuft es wesentlich besser alle kriegen besser seins lass uns Wildschweine jagen gehen das heißt du kannst jetzt mit zwei von den Token crewen oder mit den dicken man hätte einfach mit dem 2-2er hätte man auch crewen können hätte mit dem 3-3er mit eingreifen können stimmt weil die hat Crew 2 oder nicht die hat Crew 2 das müsste ja eigentlich gehen boah ein Respawns Fetch die 1-1er wurden auch reingenommen für 3-mal dann noch ein Thorn wow Fetch Fetch ja wobei jetzt kann man tatsächlich Sachen casten stimmt 2-0 Temo Eldrasi das war knapp und eine Menge Fehler mit drin ich hoffe ihr vergebt uns das und ja wir geloben Besserung ich hoffe ihr hat Spaß wenn ja Daumen nach oben Freund Freundin Mutter Oma alles alles verlinkt überall zeigen dass wie cool Temo Eldrasi ist dass wir den Eldrasi Sommer oder den Frosch Sommer schlittern ich bin noch nicht ganz sicher Eldrasi Sommer mal gucken ich hoffe ihr hat Spaß bis dahin ciao ciao ich bin noch ein ich bin noch ein bis dahin bis dahin ich bin noch ein